Herzlich Willkommen zu Dead by Daylight Kill allein! Satma! Sie steht einfach nur so rum. Was ist das? Was ist das? Schaut er. Ja, ich hab die Tagesabgaben mit Nemesis. Oh, daneben. Huch, komm mit dir her. Okay, ich soll in Stufe 3 kommen. Mit Nemesis. Also ist das jetzt mein vorrangiges Ziel? In Stufe 3 zu kommen. Deswegen versuchen wir auch alles mögliche. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Mann, hau mir doch die Palette nicht auf den Kopf. Du musst mich nicht blenden. Wo soll ich denn hinkern? Ich hab dich gesehen, Hasenpups. Was? Oh, was? Oh, was? Was ist das für mich? Oh, was ist das für mich? Aufgabe mit hatte. Muss ich ehrlich zugeben. Ernsthaft, weinst du mir in der Arme? So, ne, die hatte ich ja noch nicht. Die hatte ich ja am Anfang gleich. Aber ne, am Haken. Hat sich jemand geheilt? Okay. Die ich in den Keller hätte? Was ist denn mit dir los? Jawoll. Wo weinst du hin, Zombie? Da hin. Ja, warum bist denn du noch hier? Muss man hier eins, zwei Generatoren zurücksetzen? So. Genau. Eins, zwei, ja. Ich erzähle ja zu wenig. Ich muss mehr reden. Also, über was rede ich denn jetzt mal? Ach so, ja. Ich wollte übrigens erzählen, dass ich morgen einen ganz spontanen Livestream machen werde. Jetzt ist er nicht mal so spontan. Einfach aus dem Grund, ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub und ich habe jede Menge Zeit und ich möchte gerne streamen. Und ich weiß, dass der ein oder andere auch gerne beim Stream dabei ist. Deswegen habe ich da echt voll Bock drauf. Ah. Das sind Anfänger, oder? Also, die, die nicht. Treib mich doch nicht so an. Hä? Zombie, wo gehst du hin? Infiziert habe ich sie. Die Zombie hat sich beruhigt. Es gibt nur vier Impfdosen auf der ganzen Map. Und die sind doch wieder hier. Aha. Schade. Aber jetzt, itch, bitch. Jetzt geh mal in die Killerhütter. Okay. Damit müssten jetzt drei Dosen weg sein. Okay. Damit müssten jetzt drei Dosen weg sein. So, Hagen, komm mal dort. Das läuft eindeutig schon mal besser als meine Survival-Runde, muss ich sagen. Ich bin jetzt eingespielt. Den haben sie jetzt fertig, okay. Ich habe eben eine Fischbezugrechte, aber halt nicht danach. Aber... Das läuft ja gut. Ich bin jetzt nicht hin, ich bin jetzt nicht hin. Ich bin das, bin ich nicht hin. Ich bin nicht hin. Ich bin nicht hin. Ich bin nicht hin. Ich bin ja nicht hin. ich bin ja kann ja weiter weiter schweißen wenn ich das stufe drei du musst an den haken du gehst an den haken ganz frontal dabei hat nicht ganz funktioniert aber wenn ich die erwische muss die tot sein richtig wir nehmen alle die faust wenn dir das andere ding nicht funktioniert doch flexibel an dem general die vorhin jetzt keiner mehr so tritt okay so jetzt will ich aber das ist ja das mech schnell und leise Ja, aber gut, der Moop. Ist das getroffen, wo? Eie. Hier ist Eie. Haben sie ganz schön aufgeholt. Haben sie ganz schön aufgeholt. Oh ja. So lange wie's gateguns haben sie nicht gut. Oh. Ich hab dich gesehen, mein Herzl. Flink. Ganz flink, geh mal los. Erstmal infizieren. Jetzt ist es ja auch schon, wenn du hier rein rennst. Nein, ist dir aber nicht mehr zu helfen. Ah ja. Oh! Ging das? Das war lustig! Sooo! Jetzt hängt alles an dir! Wo bist du, Jui? Komm schon! Jui! Da ist Jui, ich sehe sie! Meine Punkte! Zombie, du siehst sie? Ich sehe sie auch! Los Jui, wir spielen noch ein bisschen! Genau! Bei ihr ist es simpel, muss ich echt sagen! Bei ihr ist es echt simpel! Es ist wie ich! Die guckt nicht nach hinten! So! Feierabend! Jetzt wäre es unentdeckbar! Dann habe ich gar nicht gedacht! Gut, du musst dich sammeln! Hey! Seht ihr? Aufgabe erledigt! Nooo! Ernsthaft! Ah gut! Zwei Pips! Yay! Yay! Sehr schön! Das war's von mir für heute! Verspoken wird heute nicht kommen! Für die, die, die es interessiert! Ich schaff's echt nicht! Wir haben's jetzt um 6! Und ich hab's noch nicht mal geschafft, die Survivor-Folge hochzuladen! Sehr schön! Es ist mal wieder so typisch! Aber wie gesagt, ich würde morgen gegen 19 Uhr wieder streamen wollen! Ich weiß noch nicht, ob das bei Daynight... Ich hätte auch Bock mal auf ein Horrorspiel oder sowas! Also auf irgendein anderes Spiel! Vielleicht auch Demologist! Dämonologist! Dämonologist! Vielleicht hat da mein Männle und meine Schwester Bock drauf! Das wäre auch was! Weil die haben ja auch einige Updates gehabt! Oder Phasmophobia hatte auch einige Updates! Aber... Wir werden abwarten! Vielleicht wird's auch wirklich wieder Dead by Daylight! Wir werden gucken! Aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden, der da ist! Ich schreib's auch noch mal als Short-Dings hier! Bei YouTube rein! Damit auch der Letzte, der Dead by Daylight nicht guckt, Bescheid weiß! Äh... Genau! Aber ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag! Und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight! Coolerlein! Bis dahin! Ciao!